In Oberösterreich gibt es zahlreiche Freizeitbetriebe, die In- und Outdoor-Aktivitäten für Gruppen und Firmen anbieten. Das Angebot reicht von Abenteuer-Camps über Mentaltraining und Teambildung, um Gruppendynamik und soziale Kompetenz zu fördern. Egal ob Klettern in Hochseilgarten, gemeinschaftliches Bauen von Steinzeit-Holzautos oder entspanntes Plaudern am Lagerfeuer. Organisationen, die solche Outdoor-Gruppenaktivitäten managen, halten für jeden Geschmack etwas bereit. Wir bieten individuelle Outdoor-Trainings mit Sinn, um unter anderem die Mitarbeitermotivation zu fördern und den Team ganz zu stärken. Diesen Ratgeber widmen Ihnen die Freizeit- und Sportbetriebe in der WKO Oberösterreich.